Verehrte Zuhörer, wir unterbrechen kurz unser Hörfunkprogramm für einen Hinweis der Polizei. Soeben wurde das Bankhaus Fabian überfallen. Die Täter, ein Mann und eine Frau sind mit einem Geldkoffer auf der Flucht. Achtung, Sie sind bewaffnet. Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort melden Sie bitte dem nächsten Polizeirevier. Und nun weiter in unserem Unterhaltungsprogramm. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Applaus Applaus